Lifehite – immer eine Idee besser. Mit der Weltneuheit Swingo, dem ersten batteriebetriebenen Powerpeeler der Welt mit selbstschneidendem, vibrierendem Messer. Der Swingo schält und schneidet leicht und präzise wie nie. Deshalb ist er dort ideal, wo Messer oder herkömmliche Schäler oft nicht fein genug arbeiten. Das Schälen einer reifen Kiwi geht mit dem Lifehite Swingo fast wie von selbst. Mangos- oder Papayas schälen – leichter geht es nicht. Eine Tomate abschälen und danach formschön dekorieren – ein optischer Genuss. Oder Tomaten schälen für einen leckeren Tomatensalat. Gurken- oder Zucchini schälen und in feine Streifen schneiden, zum Beispiel für ein leckeres Zucchini-Cappaccio. Spargelschälen und in Längsstreifen schneiden für einen feinen Spargelsalat. Kürbis in Streifen abschneiden zur Aufwertung einer Kürbis-Cremesuppe. Zarte Radieschenscheiben für ein gesundes Frühstücksbrot. Kartoffeln schälen, feine Chips abschneiden und danach frittieren. Parmesankäse abhobeln, zum Beispiel für Pastagerichte oder Salate. Und wer besonders kreativ Speisen verfeinern oder dekorieren will, bitteschön. So leicht schneiden Sie appetitliche Kokosnusskringel. Dekorative Orangenschalen. Schokoladenraspeln aus Blockschokolade. Ihrer Kreativität sind mit der Weltneuheit Zwingo praktisch keine Grenzen gesetzt. Zwingo, der neue batteriebetriebene Powerpeeler mit selbstschneidendem, vibrierendem Messer. Schält und schneidet leicht und präzise wie nie. Von Leifheit. Immer eine Idee besser. س Meeting. Offenkollade. neste 나도 noch nicht. Wirklich- estrogen ist eine E-Trad Familie. So genau keine Ausbildung, oder anderen,.. Wirklich-